Ja, jetzt sind wir wirklich beim untersten Kinderniveau angekommen. Penisihihi. Entschuldigung. Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Jawoll. Und? Goal! 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 Die liefen gleich wieder. Wie er aufgeführt und im Alter nackt. Ach, da kommen ja welche. Ja, genau zur richtigen Zeit. Die hätte eh nur Goal verstanden. Ich wollte es machen wie die Brasilianer, die gehen ja immer so voll ab, wenn sie durchschießen. Hallo, Franz Kaiser. Ihr könntet euch kein Deutsch gedubeln. Wir haben den Voice-Chat nicht anerkannt. Vieles null. Das ist vielleicht auch besser, wenn wir den Voice-Chat nicht anerkannt haben. Hard Rock! Halleluja! Nein! Joka habe ich gesehen, dass Karrieremodus jetzt wieder angefangen, gell, bei FIFA mit Swansea City. Wie bist du jetzt auf Swansea gekommen, statt Liverpool? Ach ja, hättest du auch Leicester City nehmen können, oder? Hättest du ein bisschen lästern können, bei Leicester City. Sind die gut Swansea? Ja, die sind schon gute Matze. Aber nicht Weißler spielen. Ja! Ja! Habt ihr's gesehen? Habt ihr die geile Parade gesehen? Ne geile Fickparade! Wo ist er denn? Der ist schon wieder so hoch. Oh, Wolltreffer! Ich hab Wolltreffer! Nein! Fuck! Der Pitot! Der Pitot! Der Pitot! Der Pitot! Der Pitot! Dann lasst ihr Geschenke fallen! Ihr wollt's aufsammeln! Ich kenn nur Pitot! Das ist was türkisches. Pitot! Ich kenn nur Pitot von Rute! Einmal Pitot mit Jufka-Fleisch bitte! War das ein Pitot, oder? Dieses Alien! Ah, glaub ja! Einmal Döner mit allen bitte! Nein! Nein! Scheiße! Nein! Mittelfeld Pass! Puh! Der Donald Dynamik! Nein! 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 Schmidt! Nein! Frau Schmidt! Nein! Harald Schmidt! Ich hab den Motten, ey! Stefan Raab! Fack! Nein! Doppeltrag! Alter! Ernsthaft! Ihr werdet zerfickt! Ich trau mich da noch nicht zu springen neben bei dem Puck! Aber dann... Springt der Puck unter die Scheiße! Also ist schon alles scheiße! Boi! Alles rumfliegt! Alles scheiße! Na klar! Hahahaha! Erf! Hahahaha! Ja, schöne Vorlage. Gibt's Punkte dafür? Die Lina hat's gemacht. Da könnte man doch mal den Voice-Chat benutzen und die anpacken, oder? Mach mal. Ayo wollt Ficke? Könnt man doch jetzt machen hier, gell? Vielleicht hätten wir ja eine Chance. Traust dich nie, Beißler. Dafür habe ich einen zerstört, das ist okay. Traust dich nie, die Lina anzumachen? Fuck. So. Sehr schön, mal. Sehr schön. Nein. Pfff, jetzt spring ich einmal und spring drüber, ey. So eine Fickkrotze. Nein! Pfff! Ja, nein! Pfff! 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 Alter, wie kann man denn so behindert spielen, ey? Pfff! Wie geht denn das? Wie geht denn das? Pfff! 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 ja, jetzt sind wir wirklich bei unterstem Kinderniveau angekommen Penisiii Entschuldigung Wohlfahrt Good game Das glaubt uns jetzt eh keiner mehr Ja, ja Ey, oida Biescheck Oh, die wollen nochmal, die haben wohl kein Voicechat aktiviert Oida Biescheck Oida Biescheck Drück, Beisler 0 Punkte hat er geholt, 0 Punkte Was, ich hatte vorhin 90, warum sind die jetzt wieder weg? Switzerland, 0 points Das war die Runde zuvor wahrscheinlich, Beisler And finally, 12 points from Germany goes to Switzerland Du hast nen Knall Du hast nen Knall Du hast nen Knall Du es war Bollas Wies Wer böllert in die Schweiz? Ballart Puck Ballschwierigkeit niedrig Double Level hoch Es liegt das Tor Ja, mit dem KI-Fahrer kriegen sie uns selbst gefickert Die Lina Die Lina scheint ja echt geil zu sein Also die schafft ja alles allein hier Ja, die schafft die Lina Ja, wenn das nicht wieder reingeht Ja, da habe ich mal was ausgepackt Hallo Lina Ich habe eine Arbeitskollegin, die heißt Selina Ich würde dich auch mal gerne durchnehmen Oder auf den Hintern klopfen Ja, du hast aber Beißler angeschlossen Also das ist eine eindütige Doppelproduktion Wenn es die schon nicht machen Nach 6 zu 0 gibt es jetzt ein 16 zu 0 Ja, wie war das Real Madrid? Hat 10 zu 2 gewonnen oder wie? Ja Das war ja auch nicht ohne, ne? Ich steu immer noch der Rafa Benitez Trainer Binnie Tadsch Binnie Tadsch Binnie Tadsch Binnie Tadsch, der Schwule aus Schuh des Manitou Schwul des Manitou Schwul nicht rum, Manitou Sex des Manitou Noo Spallvo Machet Jun Ja Ich bin ein Kölscher jung, ich will es haben. Ich bin ein Kölscher jung, ich will es haben. Yes, yes, yes. Man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Du kennst das auch noch, das Lied von Bern Stelner. Warum nicht? Du bist doch... Müll kennt man meistens. Ja, das war aber lustig, fand ich. Nein! Ich erkenne dich aber aus dem Lied nicht. Ja, das reicht auch schon. Das war damals sieben Tage, sieben Knöpfe. Ich krieg eine Sendung damals. Ich hab jetzt eine grüne Rakete-Spur, falls das irgendeine Sau interessiert hier. Nee, hier sind keine Säue. Nein! Nein! Oh! 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 Goofy mal wieder! Oh! Oh! Auf der 1, Damon Hill. Auf der 2, Ayrton Senna. Oh, Gott. Nigel Mansell. Nein! Oh, f*** doch die Fotze! Schön aufgehalten. Ja, hat mal schön den Weißler ausgespielt. Ich hab auch das Loch, wo man rein muss. Ui! Dafür kommt so ein Ding an den Chancen. Null! Nein! Los! Ja, ja, ja! Gut, Alter. Wie hab ich denn das gemacht? Aber das war schön gemacht. Schön aussteigen lassen. Wir wollen ja kommen! Ficken! Ja, danke! Vielen Dank! Konrad Töns. Ui! Die Nina haben wir jetzt mal wegschossen. Sorry, Weißler. Ja, das passt schon. Da oben kommt der Ball. Wieso, was war die Sprungtasse besetzen? Was war die denn? No! Aua! Oh, scheiße! Nach vorn, nach vorn, Joker, Mitte, Weißler, 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 Schade, 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 Marmelade, Ich hab nur einen großen Helm, Baseball, der ganze Planete der Affen im Arsch. Murgh! Murgh! Base Taxi, to the sky! Ich bin doch gar nicht wie so ein Weißler. Jetzt bleib mal bei den Fakten. Fakten. Waaast? Nein! Hm, wieso schieß ich den an? One minute to go. Ja! 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 Schön! Schön! RENDIMARCH! Fresse! Mitte Nummer eins, RENDIMARCH! Mitte Nummer zwei, DAMON HILL! BAH! Danke! Danke! Danke, dass ihr so deemlich seid! Danke, danke, danke! Danke, danke, danke! Hahaha! You Joker! Fuck it! Nein! Was nein? Ich hab den doch in die richtige Richtung gelenkt. Ja, das war gut, Beißler. Wollten ja auch von oben da so holen. Ich dachte, ich schrubbt daneben. Oh, danke! Für den Schubser! So, dann zerstöre ich die Alte! Au, ich bin down! Warum? Ja, da sind aber noch einer mit zerstört worden. Denn das hat mir jetzt erstmal den Platz gebracht. Nachspielzeit! Gib mir noch Zeit! Wer bleibt hin? Ich! Uff! Schade, schade, denn das hätte jetzt die Entscheidung sein können. Oua! Fiegt mich doch nicht alle! Nach vor! Nein! So, zerstört! Den ersten Wichser aber schon mal umfahren. Oh! Nein! Oh, da kommt die Mitte! Ja, aber ich bin im Dorf! Nein! Oh, ficken! Nein! 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 Wer klickte an, Posten? Ach, scheiße! Der Ball ist zu weit weg, um dass ich die Springtaste benutzen kann! Ich hab's alle drei aufgehalten! Oh, fuck! Jetzt muss es der Ballerzahn machen! Mir fehlt die PS! PS, ich liebe dich! Oh, Gott! Nein! Oh, shit! Wo ist der Ball? Da, wo ich grad runterflieg! Ah, ok! Leck! Nein! 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 Die Lina hat's gemacht! Schade, 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 schade! Boink! Riecht daheeng! Schade, aber... Good game! Oh, fahm! Herzlich willkommen zu Wetten, dass... Was'n Spaß! Basler hofft, dass er irgendwann mal deutsche Mitspieler findet! Die den ganzen Scheiß verstehen! Und? Ja, ja, du weißt ja nicht, ob das nicht vielleicht doch der ein oder andere Deutsche dabei ist und denkt, was sind das für Idioten oder da auch nicht das Ding reinrufen! So lange wir nix sexistisches sagen, ist ja alles gut! Ah, nix wird ficken! Nein! Nein! Das ist ja schon ne deutsche Stammschimpf fortficken! Ja, das ist ja schon normal mittlerweile heutzutage! Wir haben Skandal heute normal! Ey, Joker, du bist so blöd in die falsche Richtung unterwegs! Wir, ich hab den Puck da gar nicht gehabt! Weißlast! Na ja, ficken! Normal wurde schon explodiert und die Lina hat's mir da gemacht! Ja, ficken! Da könntest du ihn mal fragen, das will ja! Ich hab nur gesagt den normalen Modus, aber nein! Nur dieses Gepucke hier! What the Puck? Wo wir einen auf'n Puck kriegen! Och... Weißlast, bleib du mal hinten im Tor! Ne, Gottes Wille! Sicher nicht im Tor! Schlimmer kann's nicht werden! Ich war... Oh, ich war schon im Tor! Aber im Tor! Ich hab ja nix getroffen! Der Walvo fährt da vorbei! Der Puck rollt an mir vorbei! Ich glaub, das ist das letzte Spiel! Oh, toll! Da ist doch noch diese Puck-Scheiße hier! Eine normale Runde hatten wir! Also ich hätte jetzt noch ein Schoki daheim! Toll! Naja, also wir hatten schon mehr als eine normale Runde! Ja, ich weiß nicht, also mit dem normalen Ball kann ich mich nur auf eine Runde! Achso, mit dem normalen... Achso, das meinst du! Ja, eben! Ich dachte ja, eine gute Runde! Gute Runden hatten wir, glaub ich, drei oder vier am Stück von! Aber Puck ist halt was Neues! Den Rest haben wir ja eh immer weg, Joker! Ja, aber bleibt ja nun mal nicht! Ist ja das Problem! Ja, eben! Deswegen kann man sie ja jetzt austesten! Ausnützen! Ja, das ist schade! Das ist schade, dass das nur bis 4. Januar bleibt! Ja, das finde ich eigentlich... Vielleicht machen sie daraus DLC! Ja, das wäre dann natürlich... Da gibt's ja eh ein paar DLCs, hab ich gesehen, für das Spiel, gell! Hinten bleiben für den Arsch! Ich werde mir noch ein paar für Project Cars holen, da ist der alte Hockheimring drin und die Formel Renault kommt da rein, das werden wir noch holen! Ich hätte jetzt noch gern was zum Fräsen! Einmal Döner mit allem, bitte! Wie ist gar was zum Fräsen! Ein Wann von Voices, wie ist gar was zum Fräsen! Ahahaha! Hihihi! Jaaaaaaah! Ihr nehm! Ich? Oder ich? Einmal Pizza Quattro Statione, bitte! Wir sind wieder im Geschäft, Jungs! Ich wollen wieder kaufen! Im Geschäft! Wir können auch immer Quattro Statione bestellen! Oder Pizza Mafia mit doppelt Käse! Pizza Mafia! Mit doppelten Peter! Über sieben Pizzas machen! Ja, dankeschön! Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank! So läuft's! Über sieben Pizzas muss man gehen! So, Joe kann die Fütter nehmen! Der macht's! Nice! So Joe Geist, gib alles! Was wird denn das für eine Fickveranstaltung? Das war ja auch riesig, ihr Wann! Das war ja auch riesig! Hehehehe! Hehehehe! Er begattet die Wand! Und ich neum! Hehehehe! 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 Das war wieder ganz grosses Spiel! Also, die Lina hat's auf jeden Fall drauf! Das muss ich mir schon mal sagen! Oder nicht! Drunter auch! Dramter auch! Hehehehe! 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt wär mal gfeckt! Hehehe! Jetzt brauche ich doch eine Pizza aufs Satro-Statio. Alles drauf da. Jetzt wollen wir auch nicht mehr. Jetzt will ich auch nicht mehr. Muss ich wieder alles alleine machen oder wir da warte. Weg da, Pessler. Schön, Joker. Scheiße. Läuft doch. Steht 3 zu 6. Aber endlich kommst du mal in die Pötter da. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Wo ist er denn? Achso, da. Hattrick, hatt, 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 hattrick. Das geile ist ja immer, das lustig ist, da ich ja den Ingame-Sound nicht auf dem Kopfhörer habe. Höre ich das auf der Box und dann auch noch den Voice-Chat, deswegen muss ich immer so lachen. box 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 nein vorbei gesaust box 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 ja ja joker ja die die meine vorlage war verkehrt die lina hat das spiel verlassen sehr schön joker echt sehr schön ich hab's gesagt wir drehen das shit ding noch die lina hat das spiel verlassen die hatte sie schon voll die ist noch da bei mir stand jetzt spiel verlassen mein spiel hat sie verlassen das war doch die falsche richtung gerade bei es nah push hard now nico push hard now box the slap schön schön sehr geil joker doch das unmögliche war hier noch möglich eh moment wir zusammen einen hab ich noch einen hab ich noch und noch 30 sekunden weg mit der blöde nein 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 weg damit weg damit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit hast du den befragenschlag gesehen hast du gesehen die parale gesehen und müssen doch mal ran nein 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 boah alter die kam gerade recht sechst du sechst du sechst du alter bieschick alter bieschick sechst du sechst was für ne parverse zahl oh du randy marsch oh fuck oh fuck oh fuck das ist dir aber vorhin in der verlängerung auch schon so passiert das ist dir in der verlängerung vorhin auch passiert da haben wir auch die bessere torchance gehabt und dann sind die vorbei gerutscht und die machen ein Glückstreffen aber schön gespielt schöne sache die haben nur mit 6 640 630 60 wir haben alle einen 6er am anfang hihihi 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 lina war echt ne sache für sich noch ne runde jetzt haben wir ja andere spieler die sind jetzt raus gell server ist für wartung hihihi 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 das ist wohl ein zeichen hihihi hihihi na dann danke fürs zuschauen oh hihihi 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 profi aufgestiegen das kann ich nicht verstehe weißt du hihihi hihihi ich auch nicht hihihi oh mann wir haben die jetzt uns aus dem surfer geschmissen wegen den voice-chits oder hihihi 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 hihihi